Verzieht euch! Eine Weile dachte ich, ich wäre in einem Traum gefangen, aus dem ich vielleicht nie mehr aufwachen würde. Uns steht eine lange, harte Reise bevor. Vielleicht härter, als man es sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie unsere Aussichten sind. Nicht gut, denke ich. Aber man klammert sich jetzt an jede Nacht so kleine Chance. Oh Gott! Runter! Unter die Autos! Rick! Ich verliere langsam die Hoffnung. Wie gesagt, man klammert sich jetzt an jede noch so kleine Chance. Aber besser eine kleine, als gar keine. Aber besser eine kleine, als gar keine. Verliere sicherer. Dann haben wir noch keine Geschwindigkeit. Kannst du ihn sein? Auch nicht? Gewiss. Vielen Dank.